Leider gibt es im Alltag jede Menge Dinge, die euch vom Schrauben abhalten. Hier seht ihr nun mal einen kleinen Teil der Dokumente, die ihr benötigt, um Arbeitsschutzgesetz, Gefahrstoffverordnung und Betriebssicherheitsverordnung zu erfüllen. Wie ihr aus diesem Paragrafen schon mal herauskommen könnt, zeige ich euch jetzt. Gibt es bei euch in der Werkstatt eine Gefährdungsbeurteilung? Gibt es bei euch in der Werkstatt Betriebsanweisungen sowohl für alle Arbeitsmittel als auch für alle Gefahrstoffe? Gibt es bei euch ein Gefahrstoffverzeichnis und darüber hinaus gibt es bei euch eine Dokumentation über alle Unterweisungen, was das Arbeitsschutz Gesetz angeht, für eure Mitarbeiter. Wenn ihr diese Fragen alle mit Nein beantworten müsst, dann habt ihr absolut Handlungsbedarf. Wir von LickyMolly haben das Arbeitsschutz-Plus-Konzept entwickelt, mit dem wir euch alle notwendigen Arbeiten abnehmen können. Das bedeutet, wir kommen zu euch in die Werkstatt, führen die notwendigen Dokumentationen und Unterweisungen durch, damit ihr euch auf euer Kerngeschäft konzentrieren könnt und auch noch Rechtssicherheit habt. ? ? ? ? Vielen Dank.